Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Montag, dem 13. März 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1331 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Gamma, Blue Sky, Huawei, Epic Chef und Thread. Ich starte gleich mit Gamma. Wer ist denn das jetzt wieder? Ja, das ist ein Unternehmen, ein Start-up aus Deutschland, welches sich Apple gekauft hat. Es ist gegründet worden von ehemaligen Apple Music Global Creative Director Larry Jackson, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit dem Unternehmen Gamma eine Anlaufstelle für Musiker zu bauen. Musiker, mein Gott, aussprechen, genau. Die sollen damit die Verlage oder die Musik, wie heissen die schon wieder, doch die Musikverlage umgehen. Er möchte den Musikern helfen, eine eigene Marke aufzubauen, sich zu vermarkten, nicht nur über Musik, sondern auch über Videos, über Podcasts, über Mode und alles Mögliche, was halt heutzutage so zu einem Musiker gehört. Er will eine direkte Möglichkeit schaffen, dass eben die genannten Künstlerinnen einen einfacheren Weg haben, selbst Geld zu verdienen und eben nicht abhängig zu sein von den Grossen. Und warum jetzt das Apple da mit drin ist? Ja, zum einen finanzieren sie ja schon bis jetzt deutlich besser als andere. Spotify zum Beispiel und Deezer und möchten da anscheinend noch mehr in die Richtung tun. Wir dürfen also gespannt sein, wie sich das entwickeln wird und was da noch so alles kommen wird. Blue Sky, habt ihr schon davon gehört? Noch nicht eventuell. Ihr könnt euch aktuell vormerken lassen, über eine Webseite eure E-Mail-Adresse eintragen. Blue Sky ist das nächste Twitter. Ja, ich weiss, wir hatten es schon mit Mastodon und all dem anderen lustigen Zeugs. Das hat sich aber nie wirklich bis auf eine Bubble durchgesetzt. Jetzt möchte das Blue Sky tun. Was ist das genau? Ja, ganz witzig ist, dass Blue Sky von dem Herrn kommt, der Twitter gegründet hat. Der Jack Dorsey, der hat nämlich ein Unternehmen gegründet, wo er jetzt eben mit Blue Sky online kommt. Das ist eigentlich Twitter auf Dezentral. Etwas, was er bei Twitter immer schon hätte machen wollen, aber nie so durchbekommen hat, geht jetzt seinen Anlauf. Dann bleibt die Hoffnung, dass ihm nochmals ein zweites Twitter gelingt. Sprich, eben soweit vorwärts kommt. Was man bis jetzt weiss ist, dass es so ziemlich das gleiche ist wie Twitter. Du kannst Texte schreiben, verschicken, du kannst sie liken, resharen und beantworten. Also eben, wie Twitter, einfach dezentral. Also quasi wie Mastodon, einfach vielleicht in besser. Und oder? Ich weiss es nicht. Wir werden es sehen, wenn es denn soweit ist. Und nochmals, viele Leute sich bewegen von irgendwoher dahin. Genau. Huawei wird verdrängt aus der deutschen Netzwerktopografie. Die Bundesregierung möchte veranlassen, dass Huawei-Technik aus den 5G-Netzen entfernt wird. Nicht aus den zukünftig geplanten, wo das da mit drin ist, sondern aus aktuell bestehenden auch vor allem. Und das hat natürlich grosse Einschnitte zum Tragen. Denn die einzelnen Provider müssen da einzelne Komponenten rausnehmen. Antennen, Technologie, Modem, Schnittstellen, was auch immer. Und das ist eine sehr unschöne Geschichte. Vor allem, wenn wir auf die Fachstellen in dem Sinne hören. Zum Beispiel das BSI, welches ja vor kurzem erst die ganze Hardware hat testen dürfen. Denn Huawei hat anders als all die anderen Anbieter, wie Ericsson, Nokia oder was es da noch alles gibt, ihre komplette Hardware und die Software offengelegt. Die konnten da reinschauen und alles checken. Und dabei kam raus, dass da keine Lücken drin sind. Und das ist vor allem deshalb ein bisschen speziell, wenn man weiss, dass dann vielleicht wieder Cisco und Ähnliches zum Zuge kommt. Wo wir wissen, dass da seit Jahren unglaubliche Lücken drin sind, die Cisco nicht flicken vermag. Und oder möchte. Oder wie auch immer. Es hat für mich so ein kleines, unschönes Geschmäckle. Denn ja, die Amis und den Streit mit den Chinesen. Wir werden sehen, wohin da die Reise geht. Und das Epic-Chef Tim Sweeney hat wieder mal gerantet. Und dieses Mal geht es nicht in Richtung Apple, weil sie ja so böse sind. Und Google mit der Nichtmöglichkeit von separaten Stores, obwohl bei zweitem Jahr gegeben wäre. Nee, dieses Mal schimpft er gegen Wolf. Oder genauer gesagt, das ist die Firma dahinter. Es geht um Steam. Steam sei zu übermächtig, sei zu gross. Die haben eine Grossmacht und sie eben nicht. Und dabei hätten sie doch tolle Möglichkeiten und bieten den einzelnen Entwicklern auch Möglichkeiten an, um quasi im Selbstverlag ihre Spiele online zu bringen. Gut, das bringt Wolf seit Jahren. Genauer gesagt, seit 2018 machen sie das schon. Und schön ist auch der Hinweis, dass das wachsende Publikum bei Steam, die 68 Millionen aktiven Nutzern, ja, ich glaube, mindestens die Hälfte davon geht am Freitag auf die Steam-App, wartet eine halbe Stunde, bis die App irgendwie mal gestartet hat und wenn nicht noch ein Update erhält, um sich dann die kostenlosen Games abzugreifen. Und dann verlassen sie die Plattform wieder. Aber auch das sind natürlich aktive Nutzenden, wenn man denn so noch mag. Ja, wieder mal unschön, wieder mal speziell. Dieser Sweeney hat schon spezielle Ansichten. Und da, dass er für die normalen Menschen da draussen kämpft, glaube ich nicht. Ihm geht es da um die eigenen Gelder, die ihm abhanden kommen, wenn niemand seine Software nutzt. Niemand nutzen wird vielleicht in Zukunft auch HP-Drucker. Denn die haben, wie so bei vielen anderen Druckerherstellern, das Problem, dass wenn man fremde Patronen, die man halt einfach günstiger bekommt, nicht betreiben lassen. Mit dem letzten Update, was HP ausgeliefert hat, werden Drucker für Trippet-Patronen komplett unbrauchbar gemacht. Habt ihr so eine drin, verweigert der Drucker seine Arbeit, bis dass du eine richtige Patrone einsteckst. Das ist auch unschön, aber auch irgendwie verständlich. Wie auch immer, es gab Klagen in den Staaten. Da gab es viel Schadensatz, den HP und andere Firmen bezahlen durften. Interessanterweise versetzt HP seither seine Geräte, oder wie es gab, der Karton seiner Geräte, mit grossen Aufklärungshinweisen-Kleber quasi nur möglich mit Original-HP-Patronen nutzbar. Und somit können dann die Kunden wahrscheinlich auch nicht ganz so viel dagegen tun. Threat oder Matter? Oder doch beides, es ist immer wieder mal ein Durcheinander. Ich sollte da unbedingt mal endlich meinen Beitrag dazu fertig schreiben, damit man ein bisschen das Ganze genauer erklären kann. Was auf jeden Fall jetzt neu ist, ist beim Threat-Protokoll, dass die Version 1.3.0 verabschiedet wurde. Was heisst das für euch? Ja, es sind neue Möglichkeiten möglich. Die Threat-Router, oder besser gesagt, die Border-Router, die können mehr Geräte ansteuern, sie können einen grösseren Umfang angehen und so weiter. und so fort. Was aber vor allem ist, das neue Threat-Protokoll spricht jetzt auch Matter und somit lässt sich das beides miteinander vereinnahmen und das neue, schöne, smarte Zuhause kann kommen. Wir müssen nur noch ein bisschen Geduld haben, wie immer bei dieser Matter-Geschichte. Aber ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, es kommt dann schlussendlich auch so. Ja, das war es jetzt mit meinen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Was ich noch viel mehr hoffe, ist, dass ihr einen guten und erfolgreichen Start in die neue Woche habt. Und wenn ihr mögt, gerne natürlich bald wieder hier in diesem kleinen, gemütlichen Podcast-Format. In diesem Sinne, bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.